Bei Transgremet Österreich tut sich immer viel, viel Neues. Wir sind ja kein gewöhnlicher Großhändler, kein gewöhnlicher Lebensmittelgroßhändler. Wir sind mehr als ein Lebensmittelgroßhändler. Wir haben in vielen Bereichen Fachkompetenzen. Ob es unser Premium-Sortiment Cookies, ob es unsere eigene Kaffeelinie Java ist oder ob es unser Getränkefach Großhandel Trinkwerk ist. Wir sind auf der Gast mit unserer Nachhaltigkeitsmarke Von Natur vertreten. Von Natur ist eine Transgremet Eigenmarke, wo wir Lieferanten suchen, wo das Herz brennt und Leidenschaft für das, was sie machen, ganz stark da ist und vertreten ist. Es sind Produzenten, die ganz handwerklich angelegt sind, die ganz stark von einem nachhaltigen Gedanken getrieben sind. Das heißt auch, wie wächst das Schweinderl auf, was kriegt das Schweinderl zu essen, wie wird das Schweinderl geschlachtet, um ein Beispiel zu nennen. Das gibt es auch bei uns am Messestand zu verkosten. Da versuchen wir ganz einen großen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit zu bringen. Ja, unser Schwerpunkt dieses Jahr ist natürlich unser Salon Beef. Das ist ein ganz spezielles Trimfleischprogramm, was wir den Kunden verkosten lassen. Und zusätzlich haben wir ganz spezielle Garnelen seit einem Jahr im Sortiment. Das sind die Blue Label Garnelen und damit wollen wir unsere Kunden begeistern. Es sind zwei Themen. Das eine ist, dass wir einmal im Jahr Gastgeber sein dürfen für unsere Kunden, die uns besuchen. Und das andere ist, man sollte ein bisschen auffallen, damit auch neue Kunden interessiert sind. Und das ist der zweite Fokus, dass wir neue Kunden begeistern können für uns. Bei unserer Hotel Gastapul, wir sind ja die hundertprozentige Tochter von der Hogast, gibt es eine einmalige Gelegenheit, was es uns noch nie gegeben hat in dieser Art und Weise, dass es einen kostenlosen Beitritt gibt im Wert von 950 Euro netto für jeden Neuensteiger, was bei unserer Einkaufsgenossenschaft als Mitglied dazukommt. Und das ist nur auf der Gastmesse, funktioniert sehr gut. Über Produkte brauchen wir nicht drüber sprechen, weil wir haben ja keine Produkte, wir haben 1300 Lieferanten mittlerweile unter Vertrag, die was für Sonderkonditionen arbeiten, über die ganze Hogastgruppe drüber. Und jeder, was bei uns dabei ist als Mitglied, profitiert natürlich von den ganzen Sonderkonditionen, von den ganzen Vereinbarungen, was generell über alle Mitglieder drüber geschüttet werden. Wir haben eine Mitgliederbetreuung auch dabei, jetzt auch erstmalig bei der Hotel Gastapul, das ist auch den Hogastbetrieben vorbehalten gewesen und das gibt es ja bei der Hotel Gastapul genauso, was ein riesengroßer Punkt ist. Und natürlich, um alles zu vermitteln für unsere Mitglieder, sind wir da auch am Stand, auch für bestehende Mitglieder, dass man es betreut, dass man schaut, okay, wo kann man weiter, wo kann man sich ein Mitglied noch Geld einsparen oder Zeit einsparen. Wir mehr alles präsentieren, ist alles neu gemacht worden. Ja, unser Motto ist heuer, wir sind Rind. Bei uns steht das Rindfleisch im Mittelpunkt, aber auch unsere Metzgermeister, weil wir in Österreich, glaube ich, der einzige Gastro, wir sind der einzige Gastro-Großhändler. In jedem Standort haben wir ausgebildete Metzgermeister. Da wird man noch richtig beraten von Profi, vom Profi zum Profi. Fachmagazine, finde ich, werden auch in Zukunft immer wichtig sein, um die Branche zu repräsentieren. Aber auch die alles für den Gast, ich meine, die ist heuer 50 quasi im besten Alter. Man muss dabei sein, ist ein Magnet. Kann man sich, glaube ich, in der Branche nicht erlauben, da nicht da zu sein. Wir haben dieses Jahr eine neue Produktlinie am Markt gebracht mit dem Kochgut. Es sind Basisprodukte für die Küche, wo wir die Gastronomen entsprechend unterstützen und unser bequemer Geht's Nichts Sortiment damit ergänzen und in Zukunft auch mehr in den Bereich noch am Markt bringen wollen. Wir sind ja hier in Salzburg auch Hausherr, mehr oder weniger, weil wir ja in der Nähe unsere Zentrale auch haben. Und für uns ist es extrem wichtig, auf der Gast zu sein, unsere Kunden zu begrüßen, eben die ganzen Medien auch mit zu begrüßen. Und ja, große Netzwerkveranstaltungen und nächstes Jahr sind wir auf alle Fälle wieder dabei. Wir haben zwei große Fokus dieses Jahr gesetzt. Einer ist nicht ganz neu, aber wir haben dieses Jahr viel, viel, viel gemacht und zwar unsere eigenen Marken, Metrochef und Metrochef Bio, unter anderem, wo wir einen großen Fokus gesetzt haben und sie können die Produkte natürlich bei uns verkosten. Und die zweite Säule ist unsere Service-Strategie. Wir haben dieses Jahr mit BAWAG, mit OMV und einigen kommen noch Partnerschaften unterschrieben. Diese Partnerschaften sind natürlich nicht für uns, sondern für unsere Kunden. Das heißt, wenn sie ein Metro-Kunde sind, können sie durch diese Partnerschaft bessere Konditionen haben. Und wir profitieren auch von der Messe, um unser ganz neu und super Bestellportal zu präsentieren. Und das ist hier nah hinter uns, wo wir richtig einen großen, großen Erfolg schon sehen können. Wir werden demnächst 50 Jahre alt sein. Das spricht schon für sich. Wir haben eine sehr gute Reputation. Wir wollten trotzdem zeigen, dass wir viele Neuheiten haben Richtung Digitalisierung, Richtung Produkte. Natürlich stellen wir zu, was eigentlich ein Bedarf von unserem Gastronomen ist. Aber wir wollen auch zeigen, dass unser Sortiment weiter in sich entwickelt. Und was mich besonders freut auf der Messe ist, dass unsere Verkaufsleiter mit Kunden da sind. Wir haben Busse von Wien, von Graz empfangen können heute in der Früh. Und das ist für mich ein Beweis, dass das Metro on track ist. Und das ist für mich ein Beweis.